Jede Armee braucht Krieger, deren Spezialität der Sieg ist. Kensei, Schwerteilige, die Beschützer unseres Volkes. Jeder große Herrscher seit dem Untergang wurde als Schwerteiliger ausgebildet. Jeder Einzelne. Und wir waren eindrucksvoll. Unsere Rüstung ist die stärkste unseres Volkes. So wie unser Wille auch. Alter, ich hole doch. Zweite Luft, das wollte ich hier. Was habe ich denn da gehabt? Präzisionsschläge. Nein, ich brauche ein bisschen Leben. So, aber da. Was war denn das? 30 Sekunden, 30 Prozent weniger Schaden. Okay, ich... Machen wir das. So, passt, bereit. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Wikinger, nicht die Wikinger, das sage ich, die Samurai-Story weitergeht. Ja, mal schauen. Also das Intro war ziemlich geil. Leute, falls ich es nicht, falls ich es dann vergesse, falls ihr das Video gefällt, bewertet mich. Ja, lasst ein Like da. Ich war die letzte Daimyo, die in Myhre freigelassen wurde. Fröhliche Jagd. Fröhliche Jagd? Apollyon dachte, wir würden uns bekämpfen, um die Macht des Kaisers an uns zu reißen. Sie hatte recht. Jeder Daimyo, der ihre Prüfung bestand, war ein Kriegsverbrecher. Wir würden unser Volk zerreißen. Oder ich würde dem ein Ende setzen, bevor es überhaupt beginnen konnte. Ja, Leute, was ich gerade sagen wollte. Wenn euch das Video schon gefällt, dann bewertet mich bitte. Gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert mich. Wo versteckt ihr euch? Damit bessere Videos kommen können. Das ist schon geil. Wenn ich jetzt laufe. Dass sich das Schwert reflektiert oder spiegelt. Das ist geil. Das ist gut gemacht. Das hat Sinn, kann man so sagen. So, ich muss, muss ich da rüber. Gibt es da nicht irgendwo irgendwas, was ich, was, was ist das? Okay, das kann ich nicht zerstören. Okay. Ich kann schon wirklich nur diese Tonvasen da zerstören. Wahrscheinlich ist das da echt... Da drüben! Wo dann? Da draußen ist jemand! Da draußen ist jemand! Ah, da kann ich was lesen, oder? Wir setzten vier Daimyo im Sumpf aus. Wären es vier andere gewesen, hätten sie sich verbündet und ihre Probleme gemeinsam gelöst. Aber ich hatte sorgfältig gewählt. Ah, was ist das? Wir haben uns gefunden. Ah, das ist ja nur so, oder? Ah, f***, tschüss mir, du. Was geht da ab? Da ist auch noch einer. Hallo! Ah, das ist ein Dicke, oder? Warum rennst du weg? Ja, das war's mit deinem Kopf, würde ich sagen. Rangia war frömmen. Doch Frömmigkeit entschuldigt keine Verbrechen. Der Kaiser hatte recht, was euch betrifft. Er braucht schon wieder gesundheit. Verräterin! Ihr wurdet verbannt! Zine! Ja, sticht mich einfach ab! Ihr habt jeden erschlagen, der euch im Weg stand. Hey, warum bin ich jetzt gestorben? Was war denn das jetzt? Ich bin hier wieder ganz am Anfang. Was war denn das? Warum bin ich jetzt tot? Ja, dann muss ich auch halt nochmal umbringen. So, ihr zwei auch. So. Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Also, so ein Samurai hält nicht viel aus. Aber ich verstehe nicht, warum ich vorher gestorben bin. Es ist ja Fail Nation hier, oder? Gibt's ja gar nicht. Beginne schon gut, der heutige Pod. Ja, da bin ich. Dein Leben gehört mir. So. Dicker, komm her jetzt. Oh, der verklappt mich. Warum verklappt mich, warum verklappt denn mich, der mich so? Ich hab kein gutes Timing. Das war's jetzt mit dir. Und mit deinem Kopf. Ich hab's jetzt. Ranja war frömm. Doch frömmigkeit. Entschuldigt keine Verbrechen. Ah, ihr seid ja. Ich werde Kaiserin sein. Niemand sonst. Verkloppt mich ziemlich. Ihr versteckt euch hinter eurem Glauben. Ja, die verkloppt mich ziemlich. Ihr seid keine Daimyo, Aju. Ja, shit. Geht doch. Hui. Checkpoint erreicht. Vielleicht. Ich finde das gar nicht so einfach. Schau, da hinten kann ich mich zerstören. Es gibt hier... Etwas Stahl gibt es hier. So. Dann geht es da unten wieder weiter. Ich werde euch finden. Da Mitte war auch noch einer. Der interessiert mich aber jetzt nicht so brennend. Warte, ich werde darüber rennen. Ich muss, glaube ich, sowieso darüber rennen. Was habe ich jetzt gemacht? Ja, da gibt es ein paar da drüben. Er denkt sich, Alter, was will denn der jetzt? Oder die, besser gesagt. Hallo. Oh, shit. Gibt es ein bisschen Pfeile-Action, oder? Muss ich da... Ich muss da rein, glaube ich. Wo hat der Polyon euch abgesetzt? Kisan war gierig. Er würde dem Volk mehr abnehmen, als es geben konnte. So, okay. Er ist der Nächste. Was heißt, wie gewünscht? Du bist gleich hier. Pfeil-Hagel. Damit er einen Schaden hat. Okay. Gibt es wieder ein bisschen was zum Zerstören. Ich heile mich jetzt schon mal. Damit ich im Kampf dann wieder was Volles habe. Hallo, Lohn. Ja, das war sich ausweichen. Leute. Scheiße, Alter. Alter, ich habe nur mehr die Hälfte. Alter, Falter. Alter, Falter. Wie pötzt denn der mich her? Komm her! Wärmlicher Bauer! So. Das war's mit dir. Kommt da schon wieder wer? Und dein Kopf ist weg, Digga. Du stehst du nur da? Warum stehst du nur da? Hilf deinen Leuten. Ah, jetzt kannst du denen auch nicht mehr helfen. Ja, wenn du nicht helfen willst, dann willst du nicht helfen. Ich glaube, ich glaube, das war ein Checkpoint. Das war mal sehr gut. Und der Nächste wird da drüben sein. Und der Nächste wird da drüben sein. Die Okuja war ein Feigling. Er musste nie um etwas kämpfen. Er hat nie mitgefühl gelernt. Feigliche Truppen da drüben! Okay, da ist einiges los, ja. Ben, der hat nicht verholt, ich bin mir. Das ist ja schon, oder? Das ist geil beim Samurai. Das ist wirklich geil. Einfach Kopf weg. Ihr beweist nur, dass alles stimmt, was man über euch erzählt, Aju. Komm, ich brauche eine Heilung. Eine geile Heilung brauche ich. Jawohl. Nein, komm schon. Unser Kaiser ist tot! Die Schwarzenfelslegion steckt dahinter. Apollion will doch nur, dass wir uns gegenseitig zerfleischen! Nicht mit mir! Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt. Wir werden in ein neues Zeitalter gedrängt. Apollion würde bereuen, mich verschont zu haben. Ja, sehr gut. Mission abgeschlossen. Ein paar Fans haben wir am Anfang gehabt, aber ja, das gehört, finde ich, dazu. Leute, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Bewertet mich, abonniert mich und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss, bis dann! Zusehen. Zusehen.